Willkommen wieder zurück zu Splatoon 2. Wir haben in den letzten Parten mit der zweiten Welt angefangen. Beziehungsweise wir sind im Saugnapf-Ausguck unterwegs. Ich glaube, ich hätte auch eventuell meine Waffen upgraden können, aber naja. Shit! Ich hab da... Ich hab nicht aufgepasst. Zählt das jetzt? Das zählt ja nicht als tot. Solange ich ja nicht Leben verliere. Ja moin. Oktospirefire. Oh. Ich weiß, dass diese Gegner ziemlich nervig sind, aber ich glaube, wir kriegen jetzt eine neue Waffe. Ja. Nimm bitte das hier. So kannst du nützliche Daten für mich sammeln. Wir kriegen jetzt den Hellenroller. Der Hellenroller verspritzt mit CDR am Boden breit gefächerte Tinte. Drückst du im Sprung CDR, spritzt die Tinte weiter, aber nicht so preisflächig. Wenn du CDR drückst, färbst du beim Laufen den Boden. Ja, das ist neu, dass man, wenn man springt, einen vertikalen Hieb ausholt. Okay. Und das ist Rollo-Nemo. Das können wir nutzen, um den Gegner umzulegen. Und auch Vorsicht vor diesem Teil, das sich ja hier hin und her bewegt. Aber ich kann es ja auch für mich nutzen. Ich habe da hinten was gesehen. Warte mal, was ist hier? Das ist ja auch kein richtig gutes Versteck gewesen. Es war nur offensichtlich, dass da was ist. Hoppla. 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 Noch mehr Ungeziefer. Aber... Ich habe es geschafft. Mehr oder weniger. Jetzt hier hoch. Genau. Wenn man es in einem höheren Winkel dem Wahnsinn verschießt, kann man den ja auch noch relativ weit nach oben schießen. Das ist okay. So. Und das ist ein neuer Gegner. Ja. Ach, verdammt. Können wir auch so angreifen. Aber ich glaube, da gibt es eh nichts mehr. Interessantes. Besuch. Sieht was ist? Oh mein Gott. von diesen Teilen um hoch zu kommen aber naja aber das ist jetzt so dringend brauche ich jetzt die äh das Kami haben ja jetzt auch wieder nicht mhm das sieht mir nach Falle aus ok bedeutet ich werde die Falle wohl aktivieren müssen ja sollte jetzt nicht mettern mhm 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 so ähm hallo excuse me ja die Gegner sollen ihm kein Problem darstellen so hätte böse ausgehen können doch nicht mit mir Elektrowels ist nah oh das war eklig aber ich habe es geschafft gut so mhm jetzt sind nur noch den hier ok Elektrowels Miner Octo fire fire ich habe mich noch ganz gut erinnert dann nach unten lass mich mal in dein Waffenloch buch schauen hier sehr gut mit den Daten lässt sich was anfangen ich bin sicher du wirst mir noch mehr interessante Daten zu dieser Waffe liefern hellenklecks Roller eine Anleitung zum Auffahr eines eigenen Food Trucks sie sieht recht neu aus aber jemand muss in der Nähe mit einer Fritteuse hantiert haben das Papier trieft vor Fett mhm Schrimps mhm die Mona äh erklärt uns jetzt wie man äh zurück nach den Cookplus kommt aber ist jetzt auch jetzt eher unwichtig da unten steht sie btw komm geh rüber die muss ich hoch so aber was ist hier surfen im Octopark ich glaube das haben wir noch gar nicht oh jetzt kommen die Klecks äh Doppler ne nehm bitte das hier sogar so nützliche Daten für mich sammeln das sind die hellen Doppler drücke beim Feuern im Laufen B um zum Ausweichen zu rollen oh ja geile Waffe glaub hier unten liegt's nichts steckt ja moin also mit dem äh Doppler kann ich mich äh sehr gut anfreunden na doch gibt's was aber eine Kiste die unwichtig ist bum 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 okay okay so das dort schon funktioniert ungefähr so haha okay bä 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 hier geht's weiter ich glaub ich sollte auch weiter gehen hier aufpassen dass nichts dummes passiert aber ich bin doch kein Idiot hallo mehr Ausrüstung die Schriftrolle auch mhm mhm ich glaub das Amphurium kommt gleich und die Schriftrolle auch mhm 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 jetzt heißt es ähm von der einen Seite zur anderen Seite springen aber ich bin mir ehrlich gesagt ich glaub da unten eventuell irgendwas versteckt war mhm mhm ein Gutschein ja das hätte auch ins Auge gehen können aber naja Ah, verdammt. Ich bin jetzt dran vorbei. Aua. Checkpoint. Aber hier auszuweichen ist ein bisschen eng. Das Ganze. Ich nehme mal die Schiene, wenn man mal mit... Das macht Spaß. Okay. Aber ich bin mir relativ sicher, dass eins von den beiden Dingern am Ende war. Mich wundert es gerade, dass wir anscheinend nichts verpasst haben. Wir haben safe was verpasst. Wir müssen auf alle Fälle zur anderen Seite. Ich glaube, jetzt kommt das Antifobium. Das ist das Antifobium. Schriftrolle ist am Ende. Bom, bom, bom. Jetzt geht's ja erst mal nach hoch. Richtung Ziel. Natürlich. Hallo. Na komm. Ah, da ist die Schiene, die ich brauche. So, und irgendwo ist eine Kiste mit der Schriftrolle. Ich glaube, dieses auch hier. Das muss die Schriftrolle sein. Genau. Okay. Dann springen wir mal Richtung Ziel. Und das war surfen im Moctopark. Juhu. Das hat Spaß gemacht. Und nochmal ein Coupon und Anleitung zum Reichwerden von einer zwielichtigen Gestalt mit wehren Haaren. Ich habe locker 10 Millionen damit geschäffelt in der Seitengasse abzuhängen und du kannst alles auch. Fällt irgendwie auf solchen Fatsch rein? Das erinnert mich auch hier irgendwie so an diese Fake-Internet-Gurus, Alter. Oktoling-Hinterhalt im Korallviertel. Uh, Oktolinge. Genau. Die gab es ja auch hier im ersten Teil. Und in Splatoon 2 konnte man sie das erste Mal offiziell spielen. Oktolinge. Das ist ein Mini-Elektro-Vels. Ach, Mini-Elektro-Vels ergeben zusammen anscheinend einen normalen Elektro-Vels. Wir müssen auf die Lichtzäulen achten. Sie sollten jetzt kein Problem darstellen. Ja, Moin! Sagt ja irgendwer fast krepiert. Hier. Ja, Moin! Ah ja! Der ist einfach von mir aufgetaucht. Ja, das ist eigentlich auf einer normalen Stage im Online-Modus. So. So, den Schmutz ist hier weg. Nice Grenade. Okay. Bum, 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 bum. Aber ich brauche auch, glaube ich, diesen Elektro-Vels da hinten. Alles kein Problem. Natürlich sieht die Stage jetzt ein bisschen anders aus. Als ich es jetzt eigentlich gewohnt bin. Da ist ein Gegner. Safe. Das war die Hälfte. So. Gibt es hier irgendwas? Ja. Mehr oder weniger. Hm. Ich sehe dich. Warum auch immer du das hier gemacht hast. Oh, wir haben jetzt, äh, den Bomben-Rage. Das ist die Schriftrolle. Das ist eigentlich cool, glaube ich, beim gegnerischen Spawn. Okay. Okay. Immerhin. Noch drei. Da wäre jetzt nochmals so ein Hagel. Wenn ich jetzt natürlich aus Versehen einsammle. Zwei. Okay. Okay. Was ist eigentlich hier? Ja, moin. Hinten wir ja auch was. Ja, nur extra Punkte. Mhm. Ah. Das ist ja die Abkürzung darüber. Aber gegen Oktolinge sollte ich ja doch bestehen können. Ich meine, es wäre ziemlich sad, wenn nicht. So, einen haben wir noch. Na komm. Sehr fix. So, das ist die letzte. Ah, verdammt. Genau, die, die diese Algen da auf dem Kopf haben, sind, glaube ich, die stärkeren. Aber auch kein Problem. Ja, moin. Ich will da nach hinten. Okay, wo ist das Amphorium? Das muss ja hier irgendwo sein. Das muss ja in der Nähe des gegnerischen Spawns sein. Das weiß ich noch. What the fuck? Das muss doch hier sein. Oder habe ich jetzt irgendwo irgendwas übersehen? Ah, hier unten? Okay, welche Ecke habe ich... Nicht gefärbt. Ah, hinter mir. Ah, wo ist denn das Teil nochmal gewesen? Ich dachte, das wäre beim gegnerischen Spawn. Aber nein. Wo zum Teufel war das nochmal. Hier ist es ja auch nicht. Ich bin mir zu 100% sicher gewesen, dass es eigentlich ein gegnerisches Spawn war. Oh, hier. Oder nicht? What the fuck? Oder lag das frei rum? Das ist ein Skawns. Das ist ein Skawns. Das sollte eigentlich gar nicht mal so schwer versteckt sein. Ja, wow. Bin ich gerade irgendwie lost? Das kann eigentlich nicht sein, dass ich es nicht finde. Das ist echt unglaublich gerade. Ich war mir sicher, dass es beim gegnerischen Spawn war. Wo ist das Teil? Aber hier ist es ja auch nicht. Wo bist du? Wo? Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin doch da unten lang gegangen. Ich muss nicht alle Gegner umbringen, oder? Das ist das Ziel Ah, hier Ich habe diese Ecke nicht gefärbt Ja, moin Ja, da hat er den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen Bestellt die coolste Ausrüstung bequem online Effektivste Effekte einfach beim Knipsen mit den Stachelhahn abholen Bestellungen bei Anemona Ja, moin Das glaube ich könnte ich machen Waffen aus Verbessern Und das mache ich glaube ich im nächsten Part Danke fürs Einschalten Abonniert den Kanal Wenn ihr mehr sehen wollt Auch die Glocke aktivieren Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal Wieder hier ins Platoon 2 Bis dann und tschau tschau meine lieben lieben Bis zum nächsten Part